Warum DAX-Konzerne ihre Mitarbeiter in Frührente schicken wollen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit Ende März 2019, Anfang April 2019, gehen ganz große Nachrichten die Runde. DAX-Konzerne, wie zum Beispiel VW, Audi, Mercedes oder Bosch, wollen einen Großteil ihrer Belegschaft in Frührente schicken. Der Grund dafür ist die sogenannte Dieselkrise, das heißt also ein massiver Einbruch im Absatz von Dieselfahrzeugen ist der Grund. Und auch die Änderung der Fahrzeuge in E-Autos, dort werden bekannterweise viel weniger Mitarbeiter benötigt. Und deshalb wollen diese großen DAX-Konzerne ihre Mitarbeiter in Frührente schicken. Geplant sind Milliarden Frühverrentungspakete. Das heißt also, Mitarbeiter sollen entweder über Vorruhestandsregelungen, Altersteilzeitregelungen oder sogar über sehr großzügige, in Anführungsstrichen, also nicht in Anführungsstrichen, aber großzügige Abfindungsregelungen vorzeitig ihren Arbeitsplatz verlieren oder über die vorgenannten Regelungen in die Frührente kommen. Und da stellen sich natürlich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Konzerne Fragen, wie zum Beispiel, kann es sein, dass sich für mich eventuell eine neue Perspektive ergibt, wenn ich jetzt meinen Job dort verliere? Oder ich gehe in vorzeitige Rente sozusagen und rutsche über die Altersteilzeitregelung in die Frührente hinein. Was passiert eigentlich mit meiner Rente? Reicht meine Rente zum Leben aus? Werden die Verluste, die ich erleide, wenn ich zum Beispiel in Altersteilzeit gehe, durch meinen Arbeitgeber wieder ausgeglichen? Wie hoch sind die Verluste, die ich erleide, wenn ich zum Beispiel in eine Vorruhestandsregelung gehe? Und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die jetzt sich auftun und wo die Leute auch letzten Endes Sorge haben. Reicht mein Geld später einmal aus, damit ich einen sorgenfreien Ruhestand genießen kann? Die Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24 bieten für diese Mitarbeiter unter dem Stichwort Rentenplanung Babyboomer ein neues Rentenplanungspaket an. Dieses Planungspaket beinhaltet genau die Antworten auf die Fragen, die aufgeworfen sind. Zum Beispiel, wie hoch sind meine, also eine umfassende Rentenberatung. Wir bieten auch eine Rentenberechnung in dem Planungspaket an und stellen dort Vergleichsberechnungen an. Wie sind die Rentenansprüche mit der Altersteilzeit und wie werden die Rentenansprüche ohne Altersteilzeit, wenn man Normalarbeiten weitergeht? Wie hoch sind die Abschläge? Werden die Abschläge durch den Konzern zum Beispiel aufgrund von tariflichen Regelungen übernommen? Damit Sie sicher in den Ruhestand gehen können und auch planen können, näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.